Na ja, Moin Pamarellos! Seht noch ein bisschen müde aus, bin gerade aufgestanden und ich wollte euch einfach nur sagen, dass um 16 Uhr eine Community Zockerrunde stattfindet für Paragon. Schickt mir einfach eine Freundschaftsanfrage und ich werde die dann annehmen und um 16 Uhr, wenn ich dann anfange zu zocken, werde ich einfach alle Leute einladen, die online sind und wenn das Team voll ist, ist es voll. Egal ob Playstation 4 oder PC, ihr könnt einfach dann reinjoinen und dann nehme ich eine Runde natürlich auf, also gebt dann euer Bestes. Wir machen das demnächst öfters, ich werde dann einfach immer hier so ein kleines Video hochladen oder auf Facebook das posten, also wäre es ganz cool, wenn ihr unten mal in der Beschreibung auf die Facebook-Seite klickt und da ein Like hinterlasst, dann verpasst ihr da auch nichts. Natürlich wäre es natürlich auch am besten, wenn ihr das auf eure Interessensliste stellt oder so oder ihr guckt halt einfach weiterhin bei YouTube, dann werde ich so kurz mit dem iPhone immer ein Video hochladen. Ja gut, also schickt eine Freundschaftsanfrage, seid um 16 Uhr online und wenn ihr Glück habt, lade ich euch ein und dann zocken wir eine Runde zusammen. Bis dahin, bis dahin, tschüss! Bis zum nächsten Mal.